so dann geht es jetzt wieder weiter hier im schritt dem wo wir müssen wo ist er denn da vorne gelandet okay wo war denn unsere da vorne genau nicht gegen den baum da hinten hätten wir noch eine station die wir mitnehmen können unterwegs pass auf wir knallen erstmal die hubschrauber ab hier hier Ich bin hier. sehr schön da ist die plattform da ist noch einer ich sehe den da der hat mich jetzt schwer da 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 die hätte mich fast wie stürmer sind sie denn hin ein paar stück herstellen dann gehen wir noch mal hoch wir haben schwer zu begreifen jetzt von unten an nach den abflug jetzt haben wir endlich mal diese station wo haben wir denn den dings hier ach da jetzt schnell diese muskeln hier erstmal hier vorbei da ok widerstand aber wir schaffen es wir haben überhaupt keine munition mehr wir müssen runter hier ok so für uns geht die reise wohin jetzt darüber wir haben auch keine muni mehr das ist schlecht wo kriegen wir denn munition her und munition da muss man immer erst aufpassen ist nicht so viel da ist so ein baum habe ich vom weiten entdeckt ich habe seinen glockenbaum oder wie der heißt lande sehr schön so perfekt gesundheit und dann geht es mal da runter schiefe säule vielleicht hallo was geht da drinnen vor ok ok wir scannen mal geht hier rüber zu der apparatschaft hier und wie kriegen wir die an ach der geht dann weiter hoch ok da ist die leitung warte mal hier ist gesperrt ok jetzt ist die frage wie kriege ich denn das auf warte mal da ist nochmal eine kiste auch verschlossen wie kriege ich dich auf so dann müsste ich ja vielleicht nach oben wie kriegt man denn das auf diese special dingen hier das geht nicht das ist hier vielleicht ist gesperrt oder warum geht das jetzt nicht warte mal lass mich mal überlegen aber hier den kann ich nicht anschmeißen kein saft ok kein saft wie da oben komisch komisch vielleicht muss man das zerstören oder was hier ok ok jetzt ist es frei dieser generator geht glaube ich an oder was da da immer ist da ist es doch da ist es doch hier drinnen los hier drinnen los kistchen mitnehmen bevor wir reden mit dem mit dem kist voll das ist eine werkzeugbank hier ist nochmal was dann quatschen wir mal mit der warte mal oder mit ihm tilian oh hey ich experimentiere hier nur ein bisschen rum repariere zeugs wollte niemandem im weg sein was machst du hier pria bat mich zu checken ob noch etwas funktioniert warum bist du alleine hier es ist nicht sicher hm denkst du macht es vielleicht sinn dass wir mehr mit ihnen reden nicht mit den tanatoren die rda meine ich natürlich so viele werden verletzt was wenn wir sprichst du mit jemandem oh ähm nein ich experimentiere nur rum hey hörst du mich schlechte nachrichten rda fluggeräte sind in deine richtung unterwegs du musst sofort raus da sofort sie müssen uns geordnet haben wir müssen weg hier das kann doch nicht sein warum sollten sie sowas tun ich kann nichts hier lassen vielleicht wollen sie gar nicht kämpfen sondern einfach nur mal schauen wir könnten sie hiermit vertreiben die funktionieren ich lasse nichts hier ok es hat uns schwer schwerer blitzbogen neue rezept erlernt schwerer bogen ausgezeichnet 110 klingkopf neue jagdbucheintrag blinglingjagdbuch ok und jetzt was sollen wir jetzt was ist unsere aufgabe bereite die verteidigung vor ich soll die verteidigung vorbereiten ich soll die verteidigung vorbereiten ich soll die verteidigung vorbereiten das war jetzt natürlich die falsche taste ja es ist ich kann es nicht mehr die verteidigung das ist das ist das ist das ist Ich bin der Unternehmensgericht. Oh, ich bin der Unternehmensgericht. Oh, ich bin der Schwiebel, ich bin der Schwiebel. wir sind aber auch hier ja 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 die sind viel zu stark liebe leute